Seiten, die die Welt nicht braucht. Herzlich Willkommen. Neue Folge, die die Seite die Welt nicht braucht. Ja, auch heute habe ich im Internet eine Seite, die wirklich keinen Sinn macht. Gehe sofort auf die Seite. Jetzt zeige ich euch die Seite. Die Seite heißt momcrunch.com. Was macht diese Seite? Wenn ich hier Gurt drücke, dann zeigt mir ein Bild von Google Maps. Ja, schön und lustig. Ich verreise die ganze Zeit durch die Welt mit einem Klick, aber ob das so eine Seite machen sollte? Ich verstehe immer der Sinn nicht. Keine Frage, tolle Bilder, aber mehr ist das nicht. Gut, danke auch Reuter für diese unglaubliche Seite, die faszinierend sein kann, aber trotzdem nutzlos. Gut, bis zum nächsten Mal und vergiss nie, das Universum ist voller Überraschung. Internet ist voller Überraschung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.